Es ist eine neue Methode der Wetterbeeinflussung mittels eines Orgongerätes, um Energieblockaden zu lösen und Regen zu erzeugen. Das Projekt wird von einem in Berlin lebenden Forscher aus Algerien betrieben. Unsere Kollegin Samira Yassin hat diesen Forscher in Berlin besucht. Wir waren bei Herrn Abdelaziz in seinem Wohnsitz in Berlin. Der erste Eindruck war, dass wir bei einem Künstler zu Besuch sind, beim Anblick der schönen Dekorationen. Wir haben ihn in seinem privaten Umfeld begleitet und einen begeisterten Forscher und Entwickler kennengelernt. Dieses Video beschreibt eine Regenoperation vor vier Jahren in Beni Badel bei Telemchen. Ich wollte am Anfang mit einem kleinen Gerät behutsam beginnen. Nach der ersten Operation kam es noch am selben Abend gegen 22 Uhr zu heftigen Regenfällen in Telemchen und Umgebung. Die Methode zur Erzeugung von natürlichem Regen ist unter dem Namen Cloudbusting bekannt und löst Blockaden in der Atmosphäre mittels dieses Orgongerätes auf. 1994 haben zwei Forscher aus Amerika und Deutschland diese Methode in Eritrea, Äthiopien mit Erfolg eingesetzt. Die Ergebnisse waren sensationell. Die Operationen begannen 1994 und änderten 1997. Ganz Eritrea war grün und die Staudämme waren gefüllt. Der Regen fällt jetzt regelmäßig. Ich hoffe, diese Methode bald auch in Algerien anwenden zu können. Ein Gerät habe ich bereits gebaut und es befindet sich in Algier. Es könnte dort, wo man es braucht, in Algier oder Telemchen eingesetzt werden, damit der Regen wieder fällt und die Staudämme wieder befüllt werden. Durch diesen, sowie auch andere algerische Forscher, könnte die Ökonomie in Algerien gestärkt und die jetzige Wasserproblematik beseitigt werden. Das schlabor war. Vielen Dank.